Nun könnt ihr endlich auch Blöcke auf eurer Playstation VR 2 zur Musik zerhacken und damit wieder herzlich willkommen zu einer kurzen News hier auf diesem Kanal. Gestern zum Playstation Showcase gab es einige Spiele zu sehen, die größte Überraschung für mich allerdings dabei war, dass Beat Saber einfach mal per Shadow Drop rausgehauen wurde. Denn seit gestern ist Beat Saber nun endlich auch für die Playstation VR 2 Besitzer erhältlich und das ist einfach mal eine richtig geile News. Und das Beste ist, seid ihr Besitzer einer Playstation VR 1 Version, dann könnt ihr ganz einfach upgraden und müsst euch dieses Spiel nicht noch einmal kaufen. Ebenso kostenlos enthalten sind natürlich all eure alten Music Packs, die ihr euch schon mal gekauft habt und diese könnt ihr auch ohne Extrakosten einfach wieder herunterladen. Und natürlich sind auch alle bisher erhältlichen Music Packs für die Playstation VR 2 verfügbar. Mit dem Drop On gestern gibt es auch ein neu erhältliches Music Pack von Queen, dazu im Hintergrund der Trailer, den man gestern auf dem Showcase auch sehen konnte. Beat Saber ist auf jeden Fall ein Pflichtkauf für alle VR Besitzer, wenn man auch nur ansatzweise mal etwas Lust hat, sich zur Musik zu bewegen. Ich selber habe schon unzählige Stunden in VR in diesem Spiel verbracht, ob nun auf dem PC oder auch der Playstation VR 1 und freue mich natürlich riesig darauf, dieses Spiel nun endlich auch auf der Playstation VR 2 spielen zu können. Es wird auf jeden Fall auch ein Let's Play zu Beat Saber auf meinem Kanal hier geben, um zu schauen, wie Beat Saber denn auf der Playstation VR 2 aussieht und vor allem, wie es sich spielen lässt, gerade auch in Bezug auf das Tracking. Was sagt ihr dazu, dass Beat Saber einfach mal so rausgehauen wurde gestern? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin auf eure Meinungen gespannt. Hat euch diese News wieder gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da dafür, abonniert gerne diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst und vor allem auch immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald hier ein neues Video online geht. Ich sage jetzt erstmal wieder danke fürs Reinschauen, wünsche euch natürlich viel Spaß in Beat Saber auf der Playstation VR 2, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.